Echt? Hey, ich weiß schon wieder, wie kann der so viele Punkte erreichen? Und Robin! Wie Spike immer sagt, echt jetzt? Ich fahr nach Hause. Komm vorbei, wenn du Lust hast. Okay? Bis dann! Wer da gelaunt zu Robin ist? Wir müssen natürlich schauen, dass wir dann zu Robin fahren. Natürlich, nachdem wir mauen oder geholfen und besiegt haben und so. Ich hoffe, wir fahren aber nicht die Strecke, weil sonst können sie ein bisschen englieren. Und wir sind schon auf 1,5 gleich, das ist ja auch nice. Oh, schöner Beginn! Schöner Beginn von einem Drifting, der was zum Glück nicht existiert. Ja, wow. Scheiße, ja, das ist ja nicht jemand, dass man mal das Tempo umstarrt hat. So... Müssen wir da ein bisschen aufpassen, wie wir da am besten dann... Hm! Wie wir am besten dann da runterfahren, weil das wird sicher wahrscheinlich eine Mission sein, wo wir da hinfahren werden, oder so. Kann man das gut vorstellen, dass genau da der wunderschöne Drifter zustande kommt. Was wir da machen müssen. Naja, ist... Kann man auch gut vorstellen, wenn du den volle Pulle Drifter aktiviert hast, beim Einstellen und so... Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Und sicher nicht. Ich glaube, das ist jetzt egal, weil... Stand jetzt nicht irgendwie was oder so... Dass man da jetzt zu zweit... Wenn nicht, dann hätte es mir jetzt grad angezeigt. Dann hätte es mir jetzt grad angezeigt. Ah, das kleine Sticker hätte man da auch noch machen können. So... Hoppala, das war schon. Das war richtig für den Walsch. 6 von 12, uiuiuiuiuiuiui. Sollten wir schauen, dass wir das sch... Oh... Wir schaffen, wir schaffen. Yes, 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 yes! Robin! Ich weiß halt nicht, was ich will. Wie du meinst, ist doch nur ne Ausrede. Lass uns das jetzt nicht tun. Warum? Wegen uns am 9? Spike! Lass es! Hey! Oh, komm schon, ernsthaft! Was ist denn... Sehe ich auch so? Lass uns chillen. Was meinst du? Kann nicht. Hab noch einiges vor. Zum Beispiel? Einiges. Also, ich brauch ne Pause. Eine dieser Nächte, ha? Ja. Eine dieser Nächte. Ich seh' euch später. Juhu! Stufe 30! Nice! Was wird da eigentlich so genau gemein mit einer dieser Nächte? Ja, das brauchen wir uns gleich mal hin, würde ich sagen! Ähm, wie viele Punkte haben wir da nochmal schreien und schnell am Start gehabt? 50! Da hab ich da genau gesehen. Was hab ich da genau gesehen? 50? Wie sind wir mal ganz genau? Ja, 50! Das war echt cool, Bro! Wirklich! Hey! Bloch soll neue Videos gepostet haben! Muss ich mir im Bunker ansehen! Mein Telefon spinnt! Oh! Mit den! Sehen wir uns denn noch am nächsten Rentern im Bunker! Ich würd sagen, wir sind doch nicht alleine! Hey! Hey! Schon mittlerweile hätten du und Spike dieselben Tattoos! Oh! Der Laden ist super, was? Oh man, ich verhungere! Wo ist meine Verzügerung ohne Pizza? Mein Magen ist zu schreien! Oh! Lebensretter! Ist erst ein paar Stunden alt! Ah ja! Schottnetze danach, das ist schon ein bisschen länger! Ein paar Tage? Sie kennen sich Risky Devil! Die fahren echt krasse Karren mit Klebeband, Schnüren und so! Hauptsache sie kurven um den Block! Bocht klammer, wo es sowieso ist, ist schon! Bei der Felge würde Amy ausrasten! Total! Aber diese Jungs sind einfach nur auf ihre Narben stolz! Oh Rob! So kurz mal hier aushelfen? Das ist zu viel für mich! Oh, sollen wir Händchen halten? Dieser Kerl! Also ich bleibe hier! Mach diese Jungs aufmerksam, okay? Klar! Wir rechnen uns später! Jetzt geht ab auf den Drift Train! Bis dann! Na klar! Oder wir fahren einfach nackt! Wir fahren einfach nackt!